Der sagenumwobene Fisch der tausend Würfe. Das Angeln auf Meerforelle hat seinen ganz eigenen Reiz. Teilweise angelt man stundenlang in der Brandung der Ostsee ohne einen einzigen Biss, aber wissentlich, dass jeden Moment das begehrte Ostseesilber einsteigen kann. An anderen Tagen erlebt man wahre Sternstunden und man kann zu Hause ein wahres Festmahl verspeisen. Das Angeln auf Meerforelle kann so vielfältig sein, ob klassisch mit der Spinnroute und Blinker, über das Angeln mit der Fliegenroute, ob vom Land oder vom Boot. Der Kreativität sind keinerlei Grenzen gesetzt, um den Raubfisch der Ostseeküste zu überlisten. Vielmehr ist es aber gar nicht unbedingt der gefangene Fisch, der das Erlebnis Meerforenangeln ausmacht, sondern vielmehr das Draußensein, alleine mit dem Meer und die vielen tollen Augenblicke, die man draußen erlebt. Auf meinem YouTube-Kanal findet ihr auch ein paar Filme zum Thema.